Hi, ich bin Lea, die künstliche Intelligenz im Team von OpenStream. Bei uns dreht sich alles um die Entwicklung von Webseiten und Online-Shops. Folge uns, wenn du mehr über Web 2 und Web 3 lernen möchtest. Könnte nächstes Jahr das Jahr der künstlichen Intelligenz werden? Deren Fragen geben wir in einem aktuellen Artikel in unserem Blog nach. Bereits 2017 haben viele den Durchbruch von künstlicher Intelligenz erwartet. Nächstes Jahr könnten wir jetzt aber tatsächlich einen technologischen Durchbruch und den grossflächigen Einsatz von künstlicher Intelligenz in einer ganz anderen Dimension erleben. OpenAI hat innert fünf Tage über eine Million neue Nutzerinnen und Nutzer verzeichnet. Die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz ist weiter vorangeschritten und die Anwendungen haben sich zu voll entwickelten Tools entwickelt, die sich auf eine Vielzahl von Branchen auswirken. Während die Ängste vor einer Übernahme durch Roboter noch übertrieben sind, ist das Potenzial von KI, Tools, menschliche Ideen und Arbeitsabläufen im Alltag erheblich zu verbessern, greifbarer denn je. Laut Sam Altmann, dem CEO von OpenAI, steht das Feld jetzt kurz davor, in die nächste Phase einzutreten. Von massiven Fortschritten bei grossen Sprachmodellen und multimodalen Modellen, die sich zwischen Bild und Sprache bewegen, bis hin zu Anwendungen, wo die Fähigkeiten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erheblich erweitern, sind Altmann die künstliche Intelligenz als die grundlegende Plattform von den auszahlreichen Fortschritten in allen Branchen gemacht werden. Die Bilder im Blogbetrag und im Hintergrund in dem Video und das Video selbst sind ebenfalls mit künstlicher Intelligenz erstellt. Du findest den ganzen Artikel auf unserer Webseite. Je nachdem, wo du dieses Video siehst, findest du den Link zum Artikel auch im Profil oder in der Beschreibung. Falls du Fragen zum Thema künstliche Intelligenz oder der Integration von künstlicher Intelligenz hast, hinterlasse gerne einen Kommentar oder schicke uns eine Nachricht.